Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und ich spiele mal wieder in meinem Löwen. Hier, halbe Materialschlacht, macht richtig Bock wieder. Naja, rege ich mich jetzt mal nicht auf. Okay, wir müssen das scheiß Teil da oben einnehmen. Die Gammler da hinten, die Gegner, die gammeln jetzt da in der Basis rum. Macht besonders viel Spaß. Aber ich habe mir gesagt, ich rege mich nicht mehr auf. Ich zocke jetzt einfach. So, ich war in letzter Zeit ein bisschen, habe ein bisschen weniger gespielt und aufgezeichnet. Haben auch bestimmt gemerkt. Tut mir leid, ich hatte ein paar private Sachen noch zu regeln und zu machen. Ja, aber das hat sich soweit jetzt alles erledigt und jetzt geht es halt nochmal voll ab. Deswegen freue ich mich auch jetzt für euch nochmal Let's Plays zu machen. Okay, natürlich die Do-Map mit der Do-Map hier angreifen. Also ich komme immer fast in den Angriff. Nicht hier, dass man sagt, komm Junge, verteidige ich mir das Ding. Nein, immer in den Angriff. Aber diesmal mache ich es anders. Wird wahrscheinlich ein bisschen langweiliger werden, für das zuzusehen. Aber ich bin hier so oft weggeknippelt, weil ich doch in den Angriff immer, also beziehungsweise doch sehr stark nach vorne gehe. Jetzt warte ich einfach mal ab. Es kommen ja immer irgendwelche Leute runter. Außerdem sind zwei Zehner dabei. Ja, noch zwei Ferdinands. Die Geatis sind dabei, muss man ein bisschen aufpassen. Und wir machen das jetzt ganz gemütlich, ohne Stress. Sollen die Zehner erst mal vorfahren. Und dann sehen wir mal weiter hier. Ja, wir machen uns gestresst. So sieht es nämlich aus, Jungs. So, da schippen wir mal schön da nach vorne. Was haben wir dann hier? Ja, der E-50, Jungs, Wayne, T-4. Oh ja, oh ja. Der ging nicht durch. Och, geht nicht durch. Geht nicht durch. T-30 geht da nicht durch. Scheiße, der ist jetzt weg. Sehr schön. So ist das Gute. Jetzt rumpst es natürlich da vorne. Eigentlich ist es beschissen, hier durch den Wald zu fahren, finde ich mal als Angreifer. Weil sobald du einen Schuss abgibst, knallt alles von da oben auf dich runter. Und das ist voll für den Arsch. Ich finde diese Angreifer-Verteidigungsgeschichte da sowieso so total dämlich. Warum kann man es da nicht machen, dass jeder mal in die Reihe kommt? Also ich bin überwiegend im Angriff. Ganz selten nur nach Verteidigung. Ich bin überwiegend im Angriff. Ach Gott. Ach Gott. Ich kann schon gar nicht umgucken mehr. Oh, der hat schön einen Reinkert, der T-45. So ist das Gute. Lass noch mal die Artelrie, bis sie schaffen. Hier 100. Komm, Artie. Semmel doch mal alles weg hier. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh Gott. Oh, Leck, das gibt's doch nicht. Wir haben sie. So. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wieso nicht? Sieht doch gar nicht so schlecht aus jetzt hier. Die Artie muss halt immer schön was arbeiten. Wirkungstreffer. Jetzt sind sie sich hier wieder gegenseitig am Zuflaben. Gut, das ist hier normal. Kennen wir ja nicht anders da. Kindergarten immer wieder. Wirkungstreffer. Die 100 müssen wir wegprügeln. Der ging nicht durch. Oh mein Gott. Scheiß, der kommt runter. Der ging nicht durch. Jetzt hat er mich gespottet, die Sau. Ganz schlecht. Halt doch mal die Fresse, ey. Beweg dich doch selber mal. Ja, geh capturen. Genau. Noch drei Stück. Das ist schon mal gut. Der immer Angriff hier überlebt. Der nervt mich, der IS-4. Ich könnte ihm abknallen. Nur noch die zwei Arties. Komm, Jungs. Das macht's kaputt. So, wie ich mich schon die Artie noch. Wie ich meinen Glück könne. Hier direkt eine reingemümpelt. Eine Artie. Wo ist denn die Artie? Da komm. Wo bist du? Steht doch da oben. Schönes Ding. Schönes Ding, Jungs. Endlich mal ein Angriff hier. Mal was gerissen. Okay, was haben wir dann? 16 Schuss, 11 Treffer. Ähm, 1650 Punkte. 21.000 Credits nur. Das ist aber wenig. Jo. Unterstützer hat der GW Tiger bekommen. Ist der von uns? Ja, sehr schön. Okay, da würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. So, herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil von meinem Let's Play von World of Tanks. Ich spiele meinen Typ 59. Wird dann eine reine Premium-Geschichte hier. Ist ebenfalls ein T-8-Panzer. Okay, unsere drei größten Tanks der IS-8, KV-5 und T-32. Dann haben sie noch ein T-28 und doppelt packt die Hummel als Adlerie. Wir haben E-75, KV-5 und Löwen. Und dann haben wir noch einen Ferdinand, einen Jagdpanda. Dann die Lorraine 155, 50 als Adlerie und die Hummel. Ach Gott. Weil er lasst ja so eine seltsame Karte irgendwie hier. Ich bin sau oft mit meinem Typ 59 hier drauf. Diesmal gehe ich mal hier ein bisschen in den Rush. Mal gucken, ob es was bringt. Okay, bockt doch hin herum zu gammeln. Also heute ist echt der Wurm drin. Ich habe nur beschissene Runden die ganze Zeit gehabt. Ganz schlechte Teams. Dann auch Geflame bis zum Armen. Also ich weiß nicht, es sind Ferien oder was? Was geht ab hier? Die größten Deppen wieder alle draußen hier und spielen W.O.T. Das gibt es ja nicht. Ich rech mich nicht auf. Mal gucken, man hat jetzt die freie Durchfahrt, ja. Ich muss mal aufpassen, dass hier nichts unsere Adlerie anbumsen will. Ja, mal schön. Das ist zu weit weg. Wir haben sie. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Wirkungstreffer. Sehr schön. Oh, leck. Der lebt noch. Nur aufpassen, dass hier nichts durchkommt. Und unsere Art, die du unten anbombst. Scheiße. Hat er die Streuradius wie ein U-Boot hier. Ach Gott. Ach Gott. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Schön. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Scheiße. Hummel. Ich mache sie kaputt. Sehr schön gemacht. 9-6. Komm, das schaffen wir. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Abpraller. Abpraller. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ach Gott. Ja, genau. Das gibt es doch nicht. Oh, leck. Der KV-5 riecht mich nur auf. Gott, das gibt es doch nicht. Komm raus. Komm. Oh, leck die Dreckshummel. Wir haben ja voll einen reingeklebt. Noch zwei Dinger übrig. Der eine steht hier. Der andere steht da hinten. Sehr schön. War der KV-5, den ich 500 Mal angeschossen habe? Gefühlt 500 Mal. Ich kriege jetzt mal ein bisschen Geld. Ich brauche Schotter. Jungs. Und eine hässliche KV-5. Oh, ihr brennt. Da ist schön. Brennen. Ja, da hat der Broken sich mal ein bisschen verstoppelt, ne? Was haben wir dann da rausgered? Okay, 22 Schuss, 13 Treffer. Ja, ja, okay. 1478 Punkte. Gut, war mal zwei. 35.000 Credits. Reparatur 2,9. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. 3, 10 Mal. 4, 10 Mal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. 2, 3. 1, 2. 5, 5, 5, 6, 6, 7. 6, 7, 7. 6, 7, 9, 10.